Ich bin Marco Böhme, Herausgeber des Faktor Magazins. Uns gibt es jetzt seit fast 15 Jahren als Entscheiderplattform. Und das, was wir besonders gern machen, ist, Erfolgsgeschichten aus der Region zu erzählen über Menschen, Unternehmen oder Ideen, die die Welt und unsere Gemeinschaft verändern und am besten auch noch uns voranbringen. Und das heißt, wir haben uns entschieden in dieser Krisenzeit, was können wir alle gebrauchen, nämlich mutmachende Geschichten, Ermutigung an allen Stellen. Und es gibt davon gerade nicht so richtig viel. Und von daher gibt es diese Website. Da erzählen wir Mutmacher und auch natürlich Mutmacherinnen-Geschichten aus der Region erst mal. Und Sie können alle mitmachen. Schlagen Sie Geschichten vor, melden Sie sich bei uns, laden Sie Informationen und Foto hoch. Wir bereiten das redaktionell auf und stellen es dann online, damit wir alle noch ein bisschen was Positives in diesen Tagen lesen und hören. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns wieder, hoffentlich bald.